Ludwig Anzengruber Ein Mann, den Gott liebt Eine Skizze Gelesen von Christoph Hackenberg Florian Treitmann hieß das kleine, schwächliche Bäuerlein, das so flink auf den Wegen dahinschusselte wie einst vor Jahren, aber nimmer so gerade, denn das Alter hatte ihm nach und nach mit schwerer Hand den Rücken ganz vorn übergedrückt. Dabei geschah es auch, dass es ihm über seinem dunkelbraunen Wirren Schopf strich und alle Haare wegfegte, bis auf einen dünnen Kranz, der um den Hinterkopf herum von einer Schläfe zur anderen lief. Durch seinen spitzen Schädel bekam sein Gesicht das Ansehen eines Eis, das mit dem breiten Ende nach unten stand, über dem derben Kinne und zwischen den beiden mächtigen, ganz gefräßig und zermalmig aussehenden Kinnladen befand sich das große, wulstliebige Maul, ober dem die kurze, plattgedrückte Nase und beidseitig an deren Wurzel blinzten zwei Grauäuglein ohne Wimpern, doch fast ganz von den buschigen Brauen verdeckt. Der Alte kannte keinen anderen Gruß als »Gelobt sei Jesus Christus«. Beicht, Bitt und Kirchgänge sowie das Kirrführten schienen ihm gleichermaßen zur Leidenschaft wie zum Bedürfnisse geworden zu sein, und das nicht erst in seinen alten Tagen. Leute, die mit ihm alterten, besannen sich gar wohl, dass der Treitmann-Floerl eine wilde Bubenzeit verbrachte. Dass man ihn damals durchaus nicht in dem »Stande der Gnade« befindlich erachtete, erhellt wohl deutlich genug aus dem Umstande, dass man ihn verdächtigte, einem Burschen, der ihm zuerst bei einer Dirne, dann bei einer Bäuerin ins Gäu gegangen war, auf einer Kirchtagrauferei das Messer in den Leib gerannt zu haben. Der Verletzte starb, ohne das Bewusstsein zu erlangen, und gegen den mutmaßlichen Täter fehlte jeder Beweis. Das Treitmann-Floerl Ein- und Umkehr erfolgte erst, als er selbstständig wurde. Von seinem Vater, der ein großer Scharrer und Sparer war, erbte er allerdings nur ein kleines Anwesen, aber eine große Anzahl von Schuldscheinen. Der Mann half als guter Christ allen und jedem im Orte, wenn auch zu unchristlichen Patienten. Hatte es den Treitmann-Floerl, als er sich zum Militär abstellen sollte, schon einigermaßen stutzig gemacht, dass Engbrüstigkeit und Plattfüße eine Gabe und Gnade von Gott seien, um wie viel mehr musste er befangen werden, nachdem er sein eigener Herr geworden, als Missjahre eintraten, Missjahre, die bei seinem geringen Besitzstande keinen Ausschlag gaben, aber seine Schuldner so gründlich ruinierten, dass er deren Grund und Boden billig an sich bringen konnte. Kaum aber hatte er die fremden Acker und Wiesen in Besitz, so kamen die ergiebigsten Zeiten und er hatte drei- und vierfachen Gewinn. Als reicher Bauer heiratete er eine reiche Bauerndirne und nach zweijähriger Ehe, nachdem ihm ein Kind geboren ward, kam die Cholera ins Land. Nicht ihn nahm die Epidemie hinweg, sondern sein Weib. Nach der Mutter erbte das Kind und ein Jahr danach starb auch dieses und nach dem Kinde erbte er das ganze Besitztum. Das war ja doch lauter Gnade von Gott, denn wie leicht wäre es diesem Gefallen, ihn sterben zu lassen. Von da an wurde der Treitmann Flordl nachdenklich. Er fühlte sich als den Mann, den Gott liebt und sich demnach verpflichtet, Gott auch alles, was möglich, zu gefallen zu tun. Daher kennt er keinen anderen Gruß als gelobt sei Jesus Christus. Und darum fehlt er bei keinem Kirchgang, läuft bei allen Bittgängen, möge es sich um Sonnenschein oder Regen handeln mit und geht alle Ostern zur Beichte und ist an der Kirchentüre die Aufforderung zu einer Wallfahrt angeschlagen, so schließt er sich dasselben an. Dass ihn Gott vor vielen anderen bevorzugte, galt dem Treitmann Flordl für ausgemacht und er war nicht der Mann, über so ausgemachte Dinge zu grübeln und etwa der Veranlassung nachzufragen, welche er dafür gegeben oder Gott dazu genommen habe, dass sich ein derart erfreuliches Verhältnis zwischen ihnen beiden entspann. Es genügte ihm die Tatsache, dass ihn Gott gern hatte und es nie an ersichtlichen Beweisen daran hatte fehlen lassen. Als er damals vom Notar mit den Papieren zurückkehrte, die ihm das Erbe seines verstorbenen Kindes einantworteten, hatte er, wie bereits bemerkt, seine nachdenkliche Stunde. Da war er, wie er sich ausdrückte, Saul auf dem Wege nach Damaskus, denn an biblischer Sprechweise und Spruchanwendung fand er großes Behagen. Ihre neun lebende Kinder waren im Hause seiner Eltern gewesen, keinem außer ihm gönnte der liebe Gott das Dasein, alle verstorben, er allein blieb aufbehalten zu verzehren, was die Alten zusammen errafft und erwuchert. Frei ging er vom Militärdienst aus. Nicht ihm, sondern dem Preißler Franzl war es bestimmt, bei der Kirchtagrauferei die Messerklinge in den Leib zu kriegen, und die Missiare, durch welche Gott mit dem Stabe wehe die anderen züchtigte, waren für ihn der Stab sanft, mit dem er zur hellen Quelle des Reichtums geleitet wurde, damit er sich dort in vollen Zügen tränke. Und dann bekam er die reichste Bauerntochter im Dorfe zum Weibe, und nach zwei Jahren, eben als es allmählich den Anschein gewann, als hätte er sich mit dieser seiner Bäuerin selbst eine Rute auf den Rücken gebunden, brach diese böse Seuche aus, die in jedem Hause zusprach, und nahm ihm die Marie Lies hinweg, doch nicht ohne, dass diese gerade zuvor in die Wochen gekommen war und ein Kind hinterlassen hatte, so dass ihm der qualvolle Wunsch erspart blieb, sie behalten zu wollen, um ihr Heimgebrachtes nicht zu verlieren. Er konnte sie verlieren, und dieses behalten, ja, es blieb ihm bald ganz zu freier Verfügung, als das Kind kurz darauf seiner Mutter in den Tod folgte. Betrachtete er, wie sich alles immer und rechtzeitig und stets zu seinem Besten geschickt und gefügt hatte, so mußte er das Einsehen gewinnen, das Gott ihn gerne habe, und danach sich auch gegen Gott verhalten. Er betrachtete diesen als seinen himmlischen Vater und hielt es mit ihm, wie alle braven Söhne es mit ihren irdischen Vätern zu halten pflegen, er erwies ihm alle gebotene Aufmerksamkeit, und was denselben etwa zu ärgern vermocht hätte, das tat er ihm nicht unter den Augen, und was nicht zu verheimlichen angehen wollte, das sühnte er durch nachträgliche Zerknirschung und lautkundgegebene Reue. Er war nicht lange Witwer geblieben, denn er fühlte sich nicht stark genug, dem Saul über Damaskus hinaus als ein anderer Paulus zu folgen und ehelos zu bleiben, und da für diesen Fall der Apostel selbst den Schwachen zur Ehe rät, so war Treitmann der Letzte, der solchen guten Rat zurückgewiesen hätte. Er heiratete also zum zweiten Mal, zur Buß seiner Sünden, wie er sagte. Die Leute meinten aber, er fasse das gar sehr vom umgekehrten Ende an. Die neue Treitmannin war ein bildsauberes Geschöpf, zwar blutarm, aber dafür ganz unvernünftig unterwürfig, und sie war es eigentlich, die alle ihre Sünden in solchem Ehestand mit dem rechthaberischen alten Gottesliebling abbüßte, während er es wohl zufrieden sein konnte, nach der reichsten, nun auch die schönste, im Dorf zu eigen zu haben, die noch dazu auf den Wink ging und auf den Pfiff kam. Die Kinder, welche sie zur Welt brachte, arteten leiblich und geistig nach ihr, und der Treitmann mochte sich seiner Häuslichkeit mit Recht berühmen. Der unsaubere, höckrige Alte, der jetzt auf den Wegen einher schusselt, mit Gebetttuch und Rosenkranz als steten Begleitern, ist in seinem Hause der Gegenstand der Pflege und Sorge von Seiten einer fast fürchtenden Gattin und ein paar gutmütiger, braver Burschen und Dirnen. Diese Fünfe lassen ihm alles gerade sein. Dem Alten ist es daher nicht schwergefallen, bei der Überzeugung zu beharren, dass ihm von Geburt an Gott gut gewesen sei und auch bis zum Ende bleiben werde, und die Frist bis zu diesem Ende wünscht er immer nur um so a 20 Jahren halt noch verlängert. Das äußerte er an seinem 50. und 60. Geburtstage. Er wird es demnächst an seinem 70. tun und am 80., wenn er ihn erlebt, nicht unterlassen. Denn das Ende ist seiner Anschauung nach wirklich das Ende und kann daher nicht leicht für lange genug hinausgeschoben werden. Wenn er in allen anderen Punkten der ganz untertänigste und gläubigste Diener des Herrn Pfarrers ist, in dieser Beziehung hat er seine eigene Meinung und wenn er ihr auch nur durch Kopfschütteln und Achselzucken Ausdruck gibt. Er lässt sich von einem anderen Leben viertelstundenlang vorreden, ohne eine Miene zu verziehen, dann aber am Schluss der Rede des Hochwürdigen reckt er die Rechte mit einer ganz unnachahmlichen Gebärde von sich, als wäre sie der ausgestreckte Arm eines verfallenen Wegzeigers, der ins Blaue weist, und dabei sieht der alte Sünder selber wie der fleischgewordene Zweifel aus. Was hat es sich der gute Seelenhirte für Zeit und Mühe kosten lassen, bei diesem sonst so gefügigen Stücke seiner Herde den Unglauben an ein Hauptstück christlicher Lehre zu bekämpfen? Es hat nichts gefruchtet. Einmal faßte er den alten Treibmann, dessen dankbare Empfindungen gegen den himmlischen Wohltäter nicht zu bestreiten waren, bei der Gefühlsseite an und fragte ihn, ob er denn nicht das Verlangen verspüre, seinen gütigen überirdischen Vater von Angesicht zu Angesicht zu sehen. »Das schon«, meinte der Fromme, »wann's leicht sein kund und möglich war, dass man dabei mit ihm allein sein tät und bleiben möcht. Aber so kam ja all das Menschenwehre, mit dem er im Leben z'Tun gehabt hat, ah dazu, und ich mag kein solches begegnen, ich.« Was ihm ein solches Begegnen unangenehm machen konnte oder was es ihn fürchten ließ, darüber sprach er sich nicht aus. Da er aber doch nicht vermessen genug war, zu hoffen, Gott werde in einer Ewigkeit unter drei Augen – Gott hat nur eines, wie man oft aufgemalt sieht – den Himmel mit ihm teilen, so schloss er den Letzteren, um unliebsamen Begegnungen auszuweichen, einfach zu, steckte den Schlüssel ein und verlor ihn aus der Tasche. Einmal hätte er sich nahezu einem fabulierenden Freigeiste gefangen gegeben, der sehr einleuchtend davon zu reden wußte, dass die Seelen der Verstorbenen auf den Sternen sich ansiedelten und daher eine Gefahr des Wiederfindens ziemlich ausgeschlossen erscheine. Aber der kluge Treitmann erklärte bald, dass er auch davon nichts wissen wolle. Denn was möcht' man denn auch auf so einen Stern anfangen, worauf man sich doch gar keinen kleinen bissl auskennerkinerkund? So blieb er denn auf seinem Wunsche bestehen, also 20 Jahren halt noch, und wird darauf bestehen bleiben, und wenn er 100 alt würde. Das ist auch gar nicht so unbescheiden für einen Mann, den Gott gern hat, wofür ja auch diesem der Treitmann so viel nur möglich zu gefallen lebt und oft genug vor dem Pfarrer erklärt, er wär sein Tag mit keinem Menschen lieber umgangen als mit dem lieben Herrgotten, und der wär völlig ihm gleich, wie er selber. Über den Autor Ludwig Anzengruber, geboren am 29. November 1839 in der Alsa-Vorstadt von Wien, gestorben am 10. Dezember 1889 in Wien, war ein österreichischer Schriftsteller. Er gilt als bedeutender Dramatiker des österreichischen Volksstücks in der Tradition Johann Nestreus und Ferdinand Raimunds. Werk Anzengrubers Werk ist dem ausgehenden Realismus zuzurechnen. Er gestaltete eine Dorfwelt, die ihre natürliche Unmittelbarkeit bewahrt hatte und vollendete so das österreichische Volksstück in der Tradition Johann Nestreus und Ferdinand Raimunds. Wie sein Vorbild, der Nestreu-Konkurrent Friedrich Kaiser, versuchte auch Anzengruber ernstheitere Volksstücke mit sentimentalen und sozialkritischen Elementen zugleich zu verfassen. Anzengruber verstand sich als Volksaufklärer und Sozialreformer, liberal und antiklerikal eingestellt. Er konzentrierte sich in seinen Stücken auf die Darstellung sozialer Beziehungen in einer überschaubaren Welt und versuchte im Rahmen der tradierten Dramaturgie aktuelle soziale und politische Probleme deutlich zu machen. Er vertiefte die Charakterzeichnung psychologisch und stilisierte Milieu und Dialekt. Ähnlich verfuhr er mit der Dorfgeschichte. Sein Ansatz war dabei aufklärerisch. Er wollte die Welt entgöttern und vermenschlichen. Einige seiner späten Prosa-Texte sind bereits dem Naturalismus zuzurechnen. Zu seiner Zeit wurde Anzengruber von Theodor Fontane, Otto Bram oder auch Friedrich Engels hochgeschätzt. Als Oeden von Horvath neue kritische Volksstücke schrieb, geriet das Werk von Anzengruber in den Hintergrund. Heute wird Anzengrubers Werk als demokratische Alternative zur Heimliteratur seiner Zeit gewürdigt. Otto Bram nannte Anzengruber einen erzürmten Sittenrichter, einen Leibendstrafenden, der die Verlotterung von Altwien und die Verrohung von Neuwien mit gleich herber Wahrheit vergegenwärtigte und der allem theatralischen Schönfärben, allem Lackieren mit Honigfarben ewig feind blieb. Die österreichische Arbeiterbewegung sah Anzengruber wegen der sozialkritischen Tendenz seiner Stücke als einen der bedeutendsten Volksdichter neben Peter Rossecker und Marie von Ebner-Eschenbach an. Nach seinem Tod schrieb Viktor Adler in der Arbeiterzeitung in einem Nachruf, »Heute wird in Wien der größte dramatische Dichter unserer Tage zu Grabe getragen. Wir sind weit entfernt davon, ihn als Sozialisten zu proklamieren, das wirtschaftliche Problem lag im Ferne. Aber er fühlte die schneidenden Widersprüche in unserer Gesellschaft und mit der naiven Wahrheitsliebe des wirklichen Dichters sprach er aus, was er sah und fühlte. In jedem seiner Stücke kommt ein Mann vor, der den Widerspruch zum Ausdruck bringt, der nicht ist wie die anderen, sondern der denkt und die Menschen liebt. Sie alle sind zugrunde gegangen, in und an der Gesellschaft, und sie wissen das. Diese Lumpen, durch welche die ganze biedere, ehrenwerte Bürger- und Bauerngesellschaft und ihre satte Tugend eigentlich ein verfluchtschäbiges Aussehen bekommt, sie sprechen die Sprache der Wahrheit. Und das macht den Dichter unbequem. Anzengruber war eine Rebellennatur.